So Leute, nun ist es Zeit, dass wir mit unserem Killer Hai oder Killer Delfin, wie auch immer, ein neues Level erreichen. Und zwar Level 100 und 89. Sieg. So, Willkommen in Singapur. Mal wieder, ne? So. So. Was macht dieser Hai hier? Boah! Die Hauptattraktion von Singapur. Jedenfalls hier, im Rennen. Ist so. Zack. Bye-bye! Und der Hai, der DH-10. Und der Täter im Gesicht. So. Oh, die Bananen gibt man nicht. Oh, ne. Ich glaube, er ist nicht. Na, guck mal, ich kann noch hier... ...Hai-Fratz wenden. Das Blüttchen. Komm schon, ey. Zweiter Platz. Mit unserem Hai-Fratz. Mit unserem Daisy-Girl als Hai. Na gut, dann müsst ihr bald nochmal machen. Durchschnitt gibt der Hai hier auf. Hammer, happy girl hier. Hammer, Hai, harte. Girl. So, und nochmal. Unser Daisy. Als Killer-Fisch. Gibt's jetzt auch eine Paola. So. Und nochmal. Dumpf-Kunkab. Und nochmal, wie gesagt. Der schöne Hai-Fisch. BUNTE WOLKEN. BUNTE WOLKEN, liebe Leute. WOLKEN. WOLKEN. Jawohl. Ich Preis. stays mit der Hai-Fisch. Das war immer. Das war immer. Gibt's jetzt noch mal. Cutty-Cut Ich hab keinen Kick gekriegt, aber... Cutty-Cut So! Ich aber hier komm! Oh, jetzt hier volle Latte! Hammer! Habt ihr was gegen die Heye oder was? Kann man nicht sein, da was denn... Ich hab keinen Film drauf hier! Bye-bye! Wetter Hi! Dritter! Ja! Alle guten Dinge sind drei! Auch beim Hai! Ist das so! Und deswegen die Leute... Noch einmal! Mit... dem Haifisch! So, jetzt aber hier! Jetzt hier Butter über die Fische! Euer hat... Ich höre! Und da? ... ... Ja, hier geht es ja los. Okay, Torben! Boah, ich hab ihn. Tada! Stark? Hey, ich bin der Stark. Opa! Ich bin der Ramach. Mavi! Und der Heu! Und der Heu! und jetzt habe ich auch gewonnen und diesmal verloren nicht so wir haben es geschafft liebe leute wir haben level 189 erreicht mit dem schönen Haikostüm oder so schön Kostüm wie ihr seht für mich bleibt mir jedenfalls ein Haikostüm so dann gehen wir mal in die Haier bis morgen